Natürlich etwas, was die Ukraine ausschließt. Bleiben wir aber bei dem Außenminister Russlands, bei Lavrov. Denn dieser erhebt ja jetzt auch schwere Vorwürfe an die USA. Was genau weißt du darüber? Also da muss ich dir sagen, da musste ich heute auch mehrmals nachlesen und habe das auch verifiziert bei verschiedenen Quellen, ob das dann überhaupt sein kann, was Sergej Lavrov da gesagt hat in diesem Interview gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS. Der russische Außenminister hat tatsächlich den Amerikanern unterstellt, Pläne zu schmieden, den russischen Präsidenten beseitigen zu wollen. Und da sagt Lavrov, dass da, wo es in Washington Leute gäbe, die tatsächlich einen Enthauptungsschlag gegen den Kreml durchführen wollten. Beweise hat der russische Außenminister dafür nicht genannt. Aber wie gesagt, da musste ich auch mehrmals nachgucken, weil ich das schon für eine Fake News gehalten habe. Obwohl die ersten, die das gebracht haben, waren die BBC, die ja normalerweise keine Fake News bringt. Aber das war so eine wahnsinnige Unterstellung, die da vom russischen Außenminister getätigt wurde an die Seite der USA, dass man eben da lieber vier, fünf Mal nachguckt, bevor man so etwas verbreitet. Aber das scheint Lavrov tatsächlich gesagt zu haben. Darüber hinaus hat der russische Außenminister gesagt, dass die westliche Politik der totalen Eindämmung Russlands auch zu nichts Guten führen werde. Der Konflikt würde immer schärfer und es bestehe die Gefahr, dass es eben zu einer direkten Konfrontation zwischen den beiden größten Atommächten der Welt kommen könnte. Also man sieht hier, dass Sergej Lavrov, der unter seinen Kollegen auch sehr geschätzt war früher als der Meisterdiplomat, sehr gebildet, sehr eloquent und immer auch dezent im Auftreten in den vergangenen Jahren, dass dieser Mann eben jetzt auch zu einem Hardliner geworden ist, zu einem Falken und da eine ähnliche Verwandlung hingelegt hat in diesem Krieg, wie auch Dmitri Medvedev, der ehemalige russische Präsident, der ja im Westen während seiner Amtszeit 2008 bis 2012 auch als Liberaler galt und heute permanent über Telegram doch mit markigen Worten, um das vorsichtig zu formulieren, den Westen attackiert. Christoph Ranner, Dankeschön für diese Einordnungen. Danke nach Moskau. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. und dann müssen wir auf der Suche fidelity, dann geht's einfach bitte noch so viel auf der Suche geparscht. Dann können wir uns прев�